Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist der Aldemar Zurück mit Grimknights So, bevor wir jetzt hier weitermachen Ich muss ganz schnell den Sound leiser machen Weil, ähm Ich habe gemerkt, dass ich beim Rennen, dass die Hackgeräusche so laut sind, dass ich das exzessiv kompressieren musste, bevor das irgendwie ansatzweise okay war, ja? Ja, ich hab jetzt gehört, ich soll wohl schnellmöglich Schwefel bekommen, damit ich zu Gunpowder gehe Dafür bräuchte ich das dritte Village, etc, etc Also, ähm Auf jeden Fall ist das wichtig Ich will jetzt erstmal meine Speerträger hier noch tun, weil ich habe gerade schon gespielt und das Spiel ist gecrashed und zwar kam hier so ein Schleimmonster und das hat mir alle Bogenschützen gekillt, aber ich hab's am Schluss gefailt und als ich dann die Sachen einsammeln wollte die es gedroppt hat, ist das Spiel abgestürzt Ist natürlich gut für mich Also kann ich jetzt nochmal versuchen hier Really slow, plus 2 Armor Oh, kommt hier hin Joe Swordbeaver Worker Der Magier auch bitte Äh Davon haben wir genug erstmal glaube ich Obwohl was soll's Bauen wir halt noch ein Häuschen Hallo Maximum amount of house is reached Okay War kaum wie lahm der ist, aber ist ja egal Steady Armor So, komm her, machen wir hier noch ein Dingens Ich würde gern noch einen Turm bauen Wir müssen unbedingt Äh Wir müssen unbedingt Sachen verkaufen Wir können ganz viele Sachen verkaufen Dann haben wir Gold Bei dem können wir bestimmt noch Dinge bei uns kaufen, komm ich will doch mal ausprobieren Äh, wie geht das nochmal? Geht grad nicht ne? Ich glaub den hatten schon Äh Mining Iron plus 2 Das ist gut Runter mit dir Boss Mergel Has rise from the sludge pool Sludge pool is boiling Mergel, wie Nörgel, ja? Guck hier Blablabla Blablabla Okay, den müssen wir weglegen Also ich muss ihn so früh wie möglich mit Mit meinen Nahkämpfern angreifen Weil der Hannes Sehr exzessiv Äh Schaden bombardiert Also ich muss drauf gehen Wenn ein Reichweite der Ambuss schützen ist Und den dann mit meinen äh Sperrträgern fokussen Ich könnte jetzt, weil ich keine Häuser mehr bauen kann Hier mehr, mehr von bauen Sehr viele Ich mach erstmal das Ach, da muss ich mal runter Entschuldigung Ich tapf und schneide dann hier überall Oh, es geht los! Ja, guck der, der äh summt nämlich hier seine kleinen selbst Seine kleinen Ichs Schon wieder platzen welche Schwabbligen kleinen Viecher Oh, oh Lauf! So und? Weil die da auch noch eine Reichweite sind Und zwar Jetzt Hoffentlich schafft die das Ach guck mal wie verzögert ihr Seht ihr das? Guck mal jetzt schnell zurück Und ich hab mich doch vertan Boah alter, die Armen Da, guck! Cool! So und dann ist das abgestürzt Ist das Gold oder ist das... Ah ja, aber dafür brauchen wir irgendwie 200 um zu evolven Natürlich jetzt alles blöd Äh, 50, 20, wir brauchen... wir brauchen... 300 Gold! Hä? Ja, 300 Gold! Haben wir aber nicht! Brauchten wir den Händler So haben wir noch einen Sperrträger und einen Armbrustschützen Und die würden Probleme bekommen Wahrscheinlich hier haben wir noch einen Wir müssen unbedingt in die Mine gehen Wenn... oh, plus 6, wenn Mining Iron Was macht der denn da hinten? Runter da Was macht der hier? Wenn Mining Gold Okay, du gehst auch nach unten Also erstmal... was macht der hier? Und jetzt haben die alle neu bekommen Skilled Repairs Faster Aber davon brauchen wir keine Der geht auch in die Mine Obwohl der kann hier irgendwie... Essen, Farmen oder so So und die Schatz... Schatzi Lines gehen jetzt auch mal in die Mine Äh... plus 1, wenn Mining Gold Macht der Mining Gold? Ne, macht der nicht Deswegen... Geht der mal das da machen oder so Das da, Steine Der geht nach oben Mining Gold Der macht Mining Iron Mining Iron Da... Den da Buh, 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 Buh Hibische Musik, aber... Wann ist die so leise? Voll die hibische Titel im Hintergrund Ach, Village Level 3 Ach, Village Level 3 Scheiße, das hab ich total vergessen Jetzt gucken wir nochmal Aha Jetzt geht's Wir müssen Sachen verkaufen Essen Eisen Was ist das hier? Okay Der kommt auch runter So Macht das noch ein Turm hier hin Ist ja alles Maximum Bam, Bam, Bam Ich... halt manches, sonst hört man jetzt gar nicht mehr so gut Aber ähm Es ist schon besser so Glaubt mir Okay Okay, wir verkaufen bei... Äh, wie ging das nochmal? Da Da Jetzt kann man auch ein Level weiter runter gehen. Äh, Armor muss slower. Der kommt jetzt hier hin. Kannst auch reparieren, ne? Reparier auch mal meinen Sohn. Oh nein. Ah ne, alles gut. Stone Deposit ist depleted. So, das hier war, der ist slower. Hier, mach doch den Stein Deposit. Das sind drei Stück. Mining Iron. Äh, Dream of what, no perks. Pass auf, no perks geht jetzt mal hier. Guck mal, der ist schon. Ne. No perks und du bist when mining stone. Dann haben wir sogar noch einen. Zwei Speerträger, ein Armusschütze. Könnte nicht reichen. Wir machen lieber noch einen, weil wir wissen, da unten sind die ganz schön hart. Aber besser mal, dass wir einen Armusschütze mitnehmen. Äh, okay. Der geht auch mal hier hin. Blum, 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 blum. Ich glaube, das ist kaputt. Ah, kann sein. Vielleicht geht's von unten gleich. Spearman Level 2, okay. Spearman. Okay, der kriegt auch Armusschütze. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Jetzt brauchen wir die Gunpowder Müll. Kommt jetzt hier oben hin. Ähm. Jetzt müssen wir dann wieder da hochschicken. Machen wir lieber mal so. Gunpowder Müll. Das hier ist Elite Barracks. I'll ask you to train Longbowmen and Knights. Markets. Wir brauchen auch Gold. Wir haben halt davon nichts mehr. Kaum noch. So, die haben auch alle ausgedient. Die auch. Alle sammeln. Wir gehen sowieso bald eine Area weiter runter, Leute. Los, los, Männer. Wir haben keine Zeit. Los, geht oben. Die Hasen, äh, dingseln. Immer die Hasen fleddern. Ich bin gespannt, musketiere. Das ist bestimmt richtig geil. Aber da können wir schon beides machen. Ich meine, wenn wir Elite-Bereiten haben für Langbogenschützen. Hier, guck. Masketeer. Amazing Range and Power. Powerful Stuff. 500 Ships and Penetrate Shields. Aha. Grenadier. Kaboom. Geil. Äh, boah. Okay. Wir brauchen jetzt Schwefel viel. Kann ich jetzt schon mal wieder ein neues Haus machen? Geht. Wir machen hier oben nochmal ein Level drauf. Oh, da Gold. Das ist schön. Äh, der hat kein tolles Perk. Müssen wir jetzt trotzdem schon mal runtersetzen, falls hier jemand meint, vorbeizukommen. Die kommen jetzt auch mal mit in die Mine. Wer weiß, was da kommt? Wer weiß, was da kommt? 1 plus 3 Damage. Guck mal, steht ja auch da. 4 Damage die machen. 7 bis 10. So. Überhaupt kämpfen kann. Scheiße. Oh, shit. Okay, was haben wir da? 16 Dingensbummins. Wie viel Gold? Hm, machen wir den. Ist egal. Den auch. So, die gehen nach oben. Und Mining Iron. Der macht den hier. Und zwar machen wir jetzt mal hier so. So. Entschuldigung. Der da. Der da. Habe gerade sowieso nichts zu tun. Äh, okay. Wir brauchen da oben ein bisschen mehr Feuerkraft. Der... Mein Shopping-Wood. Der kommt hier hin. Wir brauchen wieder neuen... Wir müssen neue Bäume pflanzen, wenn der Händler wieder da ist. Und bau das mal bitte. Sehr schön. Guck mal. Das sind nur so kleine Haufen. Und es sind nur 14 Stück insgesamt drin. Sonst bringe ich alle da hin. Das ist scheiß drauf. Solange da ja nichts kommt, ist das auch egal. Okay, scheiße. Ah, nee. Das war unten. Okay. Ich komme jetzt schnell mit runter. Da ist ein Tom. Boah, mit den schnellen. Da sind jetzt zwei Bäume weg. Jetzt brauchen wir wieder neue Bäume. Der Händler geht noch nicht, ne? Erst am nächsten Tag. Wir haben hier noch einen Baum. Wie gesagt, wir machen jetzt die ganze Ebene frei. Und dann ballern wir die einfach alle ab. Scheiß drauf. Wir müssen nochmal einen Mineneingang machen. Aber das ist halt nicht mehr so gut möglich jetzt. Okay, was haben wir denn hier? Armor, Mining Stone und Health. Okay, der kommt hier hin. Skilled with the Hammer. Builds, Fast Repairs. Ja, der kommt wieder hier hoch. Kommen dann nachher die Elite-Barken hin. Ah, war klar. Oh, das ist eine Truhe. Alter. Oh, die sind gierig. Aber die sollten das ja wohl schaffen, oder? Sollen wir lieber noch einen holen? Komm, wir holen lieber alle. Auch wenn das vielleicht jetzt zu lange dauern würde. Was die da sind. Oh, Essen geht runter. Ich muss aufpassen. Und dann haben wir noch zwei Angeldinger. Äh, der geht dann mal da hin. Und der geht auch mal da hin. Da. Okay, dann angeln wir da. Bei diesen wunderschönen Wasserquellen. Oh, Orstone. Sehr schön. Du gehst nach unten. So, das sollte ja wohl reichen. Kriegt euch mal einen. Toll, das war der Baum. Na toll. Hier bei den einen Turm dann auffüllen. A new village has arrived. Das mit dem Slow Movement ist egal. Eigentlich muss ich auch noch nach rechts graben. Aber ich weiß halt nicht, wie das da aussieht. Deswegen ist das scheißegal. Wir müssen nach unten gehen. Okay, jetzt geht's los. Is no Arbor list. Achso. Boah, Alter. Hier schießt du bis nach da hinten. Hehehe. Geil. Mining stone. Moose bla bla percent lower. Zehn, meine Güte. Oh, das wird gespottet. Hier kommt wieder von hinten. Kommt immer aus ihrem komischen Nest da, ne? Also ich weiß nicht, ob ich die irgendwann mal besiegen soll. Pass auf. Ich glaube, wir können hier noch ein bisschen weiter gehen. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Machen erst mal das da auf. Halt, ich wollte doch hier was machen. Wollte doch angeln. Mining iron, mining gold. Die müssen runter. So. Ach, das ist der da, ne? Mach du das lieber. So viel ist ja hier nicht. Geh dich opfern, mein Sohn. Dann ist die Frau unglücklich. Machst du noch das da. So, und die Arbeiter, die brauchen wir ja zwar gerade nicht. Die gehen jetzt mal hier oben buddeln. Und die gehen immer alle mit. Scheiß drauf. Warum nur die Armbuss schützen. Tipp jetzt mal da oben. Ist sie weg? Sie ist weg. Okay. So, einer geht da hauen. Einer geht da hauen. So, jetzt haben wir hier unten noch insgesamt drei. Wir sollten schon bis hier oder so die Mine erweitern. Verweitern. Tag sechs. Wir sind erst bei Tag sechs, meine Güte. So, wir müssen wir beschützen. Donatei ist now ableist. Weiter geht's. Wenn Mining Iron. Wenn Mining Iron. Ähm. Was war das jetzt? Ach so, Hasen. Hehe. Die miesen Hasen. Guck mal. Ey, guck mal die Wand. Alles voller Bolzen. Wenn Chopping Wood. Die kommen jetzt zum Holzfällerlager. Okay, da ist nix. Da müssen wir warten. Ähm. Wenn Farming. Aha. Bomben. Wenn Chopping Wood. Die kommen zu den Holzfällern. Wenn Mining Gold. Da kommst du auch runter. Guck mal, ich muss mich bald mal ein bisschen austauschen. Die ganzen Leute. Zwei zu Armor. Kommt wieder hoch. No Perk. Kommt auch hoch. Und wenn Mining Iron bleibt unten. Ne. Bis hierhin wollte ich nur gehen. Was machen wir noch hier oben? Ne Quatsch. Wir machen jetzt hier. So. Und dann immer weiter runter. Hier müssen wir gleich auch noch aufmachen. Das kannst du noch mal ganz kurz. Äh. 22. Wir können jetzt bald mal. Wir brauchen einen, der irgendwie plus Amor. Ja. Von mir aus. Ich will jetzt. Ich will jetzt unbedingt irgendwas zum Ballern haben. Gabriella Bertoul. Das ist. Guck mal. Das sind Elfin. Jetzt kommen schon die Elfen. Cool. Jetzt haben wir unseren ersten Musketier. So. Ich will dann gleich direkt weiter unten noch. Okay. Ach. Scheiße. Eigentlich auf die Hasen. Aber na gut. Mann. Der braucht lange. Ja. Guck. Gabriella Bertoul. Musketier. Bertoul. Bertels. Oh. Shit. Scheiße. Oh. Gott sei Dank. Oh Mist. Wir haben einen verloren. Nicht so gut. Er geht wieder hoch. Du sollst ja da angeln. Okay. Ist ja egal wo wir sie anfangen. Da. Da. Wollen die mal mitmachen. Machen wir das mal. So my lady. Die kommt jetzt nach vorne oder? Da. Hier hin. Ich weiß noch nicht weit. Die kommen zwölf bis Dingesbrunnen. Guck mal. Linie ausrichten. Linie ausrichten. Anlegen. 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 Feuer. 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 Ah. Lange Leben. Linien schlachten. Diszipliniert in den Tod. Glorreich in den Nahkampf. Hier nehme ich schon mal eins runter gehen. Uh. Die gehen hier hin und halten die auf, falls da irgendwas durchlaufen will. Die passen da gar nicht alle rein. Okay. Soviel dazu. Oh. Zwei Kisten. Das ist gut. Wir müssen glaube ich mal Dinges kaufen. Beim nächsten Mal möchte ich das unbedingt... Müll ich darauf achten, dass wir es auch tun. 20. Boah. Ich glaube wir müssen schon ein Bombardier bauen. Ein Langbogen schützen. Elite Kaserne. Kostet aber wie viel? Müsst du den Marktplatz auch bauen? Kostet 100... Äh. Holz haben wir nicht. Können wir bauen. Machen wir. Auf jeden Fall ist das dann schon mal geregelt. Oh shit. Ich muss aufhören. Leute. Voller überziehen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Grim Nights. So. Und bis dahin. Haut rein Leute. Nicht vergessen. Wenn euch das gefällt. Abonnieren. Nicht vergessen. Kommentieren. Däumchen da lassen. Und ich wünsche euch noch. Frohe Weihnachten. Es ist momentan Weihnachtsfeiertage. Ja. Alles klar. Bis dahin. Boah. Jetzt hab ich es aber. Bis dahin. Haut rein Leute. Bis dahin.